Das war ein Befehl! Der andere Steiger war ein Befehl! Wer sind Sie? Jeder hat mit Belogen zum Radio Ostend! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haus, niederfreitiger Treue oder Feindlinger! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Die Stadt Feindlinge! Verhalten, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheilig! Du Gönnermann! Neust des deutsches Volkes! Sie ist ohne Ehre! Die letzte Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zuckerplatten...